Wie belegen wir die Ausgänge? Das erfolgt auch über den Mio Mixer. In den Kanalzügen kann ich erst mal direkt die Ausgänge ansteuern über Direct Out, also Pre oder Post. Das Signal einfach wieder rausschleifen, ohne dass es dabei die Box schon verlässt. Wenn ich mit der Monitorkonfiguration und vielleicht auch Effekten dann fertig bin, wird es über die Firewire Returns weitergereicht an die D-Digital Audio Workstation. Von dort wieder zurück und dort kann ich auch ganz flexibel meine Ausgänge wieder belegen, beziehungsweise multiplizieren für Kopfhörerausgänge und dergleichen.